Liebe Kolleginnen und Kollegen, zweieinhalb Monate Pandemie, zweieinhalb Monate Covid-19. Eine Zeit, die wir uns so nicht vorstellen konnten. Wir haben in dieser Zeit viele Lösungen geschaffen. Wir haben viele Probleme gelöst. Wir haben einen Tarifabschluss gemacht, der uns hilft. Wir haben beim Kurzarbeitergeld Verbesserungen erreicht. Wir sind gerade dabei, bei der Kinderbetreuung weitere Verbesserungen zu erreichen. Es geht aber jetzt darum, dass wir sehr genau aufpassen, dass es keine billigen Mitnahmeeffekte auf Seiten der Arbeitgeber oder der Unternehmen gibt. Wir müssen genau hinschauen. Dort, wo es Probleme gibt, weiter Probleme lösen. Dort, wo es aber diese billigen Mitnahmeeffekte gibt, uns auch klar dagegen zu wehren und auch in den Konflikt zu gehen. Und eine Nachricht an die Arbeitgeber, an die Unternehmen. Sie müssen auch verantwortungsbewusst handeln für Beschäftigungssicherung. Dann kommen wir alle gemeinsam gut durch diese Krise.